jo leute was geht ab und damit ein herzliches willkommen zu diesem neuen video auf meinem kanal leute heute wollte ich euch den battle pass bonus stern von der woche 2 zeigen ja leute erstmal tut mir echt leid dass jetzt eine woche lang kein video mehr kam die gründe dafür werden mal wieder zeit hat mir mal wieder gefehlt und ja auch privat bisschen naja nicht so locker flock ich man kennt ihn ja auf jeden fall egal das ist ja heute nicht das thema heute wollte ich euch nämlich wie gesagt den bonus stern der woche 2 zeigen da würde ich sagen gehen wir auch mal gleich rein so leute wir sehen könnt fliegen wir gerade richtung lazy links hier befindet sich der geheime bonus stern nämlich auch genau auf diesem haupthaus hier hier genau an der spitze wäre er jetzt ja leute auf jeden fall würde ich sagen wenn euch das video gefallen hat dann lasst ein leichter wenn ihr nichts mehr verpassen wollt abonniert doch meinen kanal bis zum nächsten mal